. . . . . Es geht ganz einfach darum, jeden Tag aufs Neue aufzuwachen, aus dem Zelt rauszugucken und zu sagen, heute laufe ich einen Marathon, heute radlich 200 Kilometer. . Ich freue mich riesig darauf, euch live im September von meinen Abenteuern auf der Bühne zu erzählen. Seid dabei, ich freue mich auf euch. . 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